Ich kann ihn sterilisieren! Ich weiß gar nicht, auch nicht gar nicht. Ich kann fast nichts tragen, das ist echt der Wahnsinn. Ja, das Holzen, das ist so dermaßen schwer. 100 Steine und dann kann wieder losgehen, also ein Stack Steine. Ja, ich auch. Das ist echt der Wahnsinn. Also, nee, ich kann 200 tragen. Ja, das war schon, ja, weil du der Wettkast. Was tragen lässt, hast du 200? Nee, 150. Okay, ich bin bei 120. Ich habe eigentlich das meiste in Nahkampf und Bewegungsgeschwindigkeit gesteckt. Bewegung habe ich auch viel reingesteckt, ja. Aber ich finde, da geht kaum was hoch, da bin ich gerade mal bei 107,5. Nahkampf bin ich bei 135. Ja, das dauert jetzt wieder. Wo ich noch gar nichts reingesteckt habe, ist Wasser, Nahrung und Sauerstoff. Und handwerkliches Geschick. Ausdauer habe ich auch, Handwerk habe ich auch gar nichts. Ausdauer habe ich auch einiges reingesteckt. Dann bin ich erst bei 120%. Oder 120 Punkte, je nachdem wie man es... Oh, ich bin schon bei 82%. Scheiße. Lass nach, eine halbe Stunde rein? Uh-huh. Nee, nicht mal. Doch, doch. Das Schlimme ist, weil es so lange dauert, all meine zusätzlichen 14 Level sind jetzt geschrumpft auf 4 Level, die ich noch zusätzlich bekomme. Aber egal. Ein 44er Level ist schon mal nicht schlecht. Mal davon abgesehen, dass ich dann noch warten muss, bis Ole endlich 38 ist. Ole, es liegt nur an dir. Stimmt, jetzt kannst du, wie kannst du jetzt das Flieger mitnehmen? Ja, das kann ihm ja erfolgen. Achso, stimmt. Kannst du nur nicht fliegen damit. Genau, was eigentlich der Hauptgrund ist, warum ich das Teil haben will, aber egal. Also ich verstehe nicht, was ihr alle gegen Hermann habt, das ist... Nichts. Hermann ist cool. Ich finde Hermann cool. Äh, was, was. Es besteht da hinten übrigens, was du ihn brauchst. Ich habe den da hinten geparkt im Wald. Er hatte ihn. Oh, 99,3% willst du mich verarschen? Wieso? Jetzt muss ich nochmal ein habbarer warten. Ich dachte eigentlich, dass er jetzt mit dem einen Essen's bisschen, dass er es dann fertig bekommt, wenigstens. Nein, nicht. Bewusstlos ist nur noch so ein bisschen, ne? Er ist noch noch ein bisschen bewusstlos. Ich weiß, ich glaube, ich lasse ihn einfach wieder zum normalen Leben zurück. Jetzt, wo ich fast fertig bin. Ne, ich fütter ihn schon fleißig. Da fast 500 Leder. Verlier's ja nicht. Das ist richtig easy zum Farm, Leder. Boah, wenn wir mit dem Schiff vorher nachher... ...auf ein Hai treffen, dann sind wir echt gearscht. Wir treffen auf keinen Hai. Wir echt gearscht. Und auf einen Krokodil. Warte, ich brauche jetzt mal eine Strohwand. Ich brauche Fasern, Holz und Stroh. Am besten, du brauchst einen zweiten Fluss, dann fahre ich vor. Und lenke alle Viecher auf mich. Fasern, Holz... Holz? Willst du losfahren, oder wie? 6 Uhr morgens, wir können starten. Ah, ich schwumme. Jawoll! Okay, ähm... Stell mich am besten hin, damit ich schon aufschau halten kann, falls irgendwelche Hai oder so kommt. Geh mal hier hin. Ich kann ihn sterilisieren! Ich weiß gar nicht, auch mal den ganzen... Äh... Ich weiß gar nicht, was ich hier füren. Ich kann mir sagen, ich ne richtig war. Ich find Gerte ist so komisch. Nein. Gerte... Vorsicht, ein Fisch. Fisch ist egal. Die Tierretter sind doof, der mir entgegenkommt. Ja, nicht das... Wie viel hat das Leben? Okay, das Fluss hat noch ein bisschen Leben. Vielleicht schon noch. Ich weiß, da ist ein Krokodil da vorne. Also, wir haben jetzt hier zum Krokodil hin. Wir müssen das vorher töten, wenn dann. Also, mit wir meine ich dich, weil du ist ja die Ambrust. Aber nur noch 20 Pfeile. Ja. Oh, es kommt schon. Ich denke, wir müssen das weglenken vom Roten. Glaubst du mir nach? Neh mir. Würde schon reichen, wenn du weglaust. Ja, es kommt zu mir wieder. Wir sind mal auf die Schwachen. Hat nicht mehr viel. Leben, oder was? Es fehlt mir. Ich kann weiterfahren. Ich kann weiterfahren. Och mann! Das tut uns auch an! Ne, nimm das Dinger weg! Mach die Viecher wieder! Aua! Er hat mir verdaubendes Fleisch gestohlen! Puh, ist er! Bye! Einer down! Huh? Der andere? Da oben ist er! Schon schwank jetzt! Ah, hier! Er ist gleich so mal angefahren! Ich hab den Wasserschlauch geklaut, das Arschloch! Wo ist es? Einmal müssen wir ihn noch treffen! Das ist jetzt zerstört! Ja, start! Bitte? Das wurde hier zerstört! Das war's wie ne Kiste! Die Random Kiste, die vorhin schon drauf stand mit deinen alten Rüstungen und so die du verloren hast! Achso! Wir dürfen uns nicht zu lange aufhalten, wir müssen fahren! Ja! Fahr! Ja! Brauchst du bitte hä? Schau hä, ja! Ruf! Hi! 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 Ich hab's schon gegessen! Ja! Da brauchst du Kristalle dafür! Ich hab noch keine Ahnung, wie man die Kristalle bekommt! Also ich weiß es irgendwann mehr, glaub ich, aber... Bei den Händen, wie? Boah, ist es grad hell bei mir! Die Sonne blende hier grad voll! Wie Ausschau halten! Ein Fels, ein riesen Fels! Ja, da kann ich links vorbei! Und da ist schon wieder so ein Viech! Was ist da für ein riesen Viech da vorne? Ich seh's nicht! Achso, nur ein Krokodil! Ah! Ne, das ist kein Krokodil, das so gut ist! Eine Schildkröte! Ah, die Sonne blende grad hier bei mir voll rein! Ich seh hier gar nichts grad! Dann ist wieder ein Krokodil, ein riesengroßes! Ja, wir fahren jetzt in der rechts! Linken Seite! Da ist jetzt nur ein Haar interessant! Aber ich glaube, wir bleiben im Seichen! Oh, das war's dann dort! Habt ihr alles auf einmal mitgenommen? Ja, das waren viele! Eine Kiste wurde schon zerstört! Ich weiß nicht mehr, was da drin war! Deine Rüstung, das, was ich dir mal reingelegt habe in den... Ja, das hab ich schon längst rausgeholt! Ich hab da andere Sachen reingelegt! Ne, ich hab vorhin reingeschaut, da waren auch! So, wollen wir jetzt hier bleiben oder die Umfahrung fahren? Naja, wenn wir alles wieder rumschleppen müssen, ich weiß nicht! Das war aber auch nicht, ob das gefährlich ist, wenn wir jetzt hier rumfahren! Man, das sind alles ganze Palmen, die kann ich nicht zerstören! Ja, ein paar kann mich zerstören! Nein! Siehst du hässlich aus wie dort, wo wir waren? Ist das lokal, meinst du? Ja! Ich weiß nicht, kann man Bäume nicht franzen? Nein! Die wachsen davon leider immer! So, kannst du einen Schrank machen? Ich! Mhm! Hm? Dann frag ich mal, ob ich den schon craften kann! Kisten weg! Ach, ich kann nur Kisten craften! Ge weg! Entschuldigung! Ich kann nur normale Kisten craften, keine Schränke mehr! Leider! Kisten, Schrank, Back 35, Stroh! Da liegt... Holz rum! Ja, Stroh haben wir doch alles in der Kiste drin, oder? Glaubst du... Was glaubst, hab ich das... Hab ich unsere... Kühlen... Kühlen-Not-Unterschlupf ge... Schlupf... 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 Schlumpf... 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 So, was geh ich jetzt? Ich meine... Aua! Wie einräumen! Einräumen! Gute Nacht Ja Warte, ich stelle das Floß noch ein wenig vernünftiger hin Ja reicht, das ist doch schon Ja, wir sollen jetzt immer wieder Steine immer einzeln gehen Da sind 3 Steinpfeile, ich glaube die gehören dir Da hab ich mich auch da reingeschmissen Seid ihr schon wieder an der Base oder wo seid ihr? Wir sind jetzt bei den neuen Also Base ist gut gesagt Eine provisorische Hütte Wo ein Schrank drin steht Aber ihr habt alles mitbekommen oder? Also es ist nix jetzt kaputt gegangen wo man vorher Doch eine Kiste wurde zerstört aber ich weiß nicht was ich gesagt Da war unwichtiges Zeug drin Also der Schrank wo das ganze wichtige Zeug drin war Mit dem ganzen Leder, den ganzen Holz, Stein etc Ok ok, alles gut Und dann hatte ich eine zweite kleine Kiste mit ganzen Samen und so, die haben wir auch Sounds great dude Was ist da für ein riesengroßer Kackhafen Tvi? Weiß ich nicht Den kannst aber nicht du gelegt haben Ne Mittelgroßer Kothafen liegt vor unserem Schrank Jetzt schon? Ja Ja wenn wir so lange rumstehen dann stapelt sich da schon was Ok Dann müssen wir eigentlich nur noch Hoden holen und die Viecher Danke dass du mich damit in einbuchen hörst Das war eigentlich nicht gewollt Ich hab ne Ruine gefunden Oder Ruine ist übertrieben Aber hier ist Explorer Note Irgendeine Kiste Ein Buch ist da drin I never thought this island was normal Actually, I mean there are giants ob... 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 Obelisks Was auch immer Floating in the sky for Pete's sake Was auch immer Obelisks sind diese komisch Ja ja aber das hier ist echt komisch geschrieben Not to mention that cave I found which hide a patron similar to those founds at the base of say... was auch immer Well I assume or similar expect for those obli-shaped holes that were caves into the palm Ach gut das ist echt schwul geschrieben hier diese Hohnschrift Na ja Na ja Das ist so ganz Naja So ne richtig... schrrr schlechte Handschrift I guess I'm must and care about all that so long as i was my... Zak Was my beautiful blah-blah-blah Nou I shouldn't worry to it of just yet Ah ja, aber immerhin, ich bin Level Up. Ja. Von dem her ist es okay. Level 21. Still far away from Ole. Aber ich kann jetzt die Betäubungspfeile lernen. Yay. Nice. Von denen ich irgendwie 45 rumtrag. Ich glaube, wir laufen, oder? Ich glaube, ich bekomme immer noch. Die Viechermesser mitkommen. Linus. Was ist das jetzt hier unten? Nee, da fahre ich nicht mit Fluss. Mit dem Reitdich, ja. Ja, mit dem riesen, mit dem langsamen Viech, mit dem Hermann. Fahr du mit dem Fluss. Ich fahre mit dem Fluss. Was ist das jetzt hier? Hermann ist ja mega langsam. Was meinst, warum du damit reiten sollst? Das habe ich schon mitbekommen von Ole. Achso, ich brauche hier eventuell doch deinen Fluss. Mhm. Von dessen Haar, ich seh den ja von hier. Gleich schnell einmal, wir müssen ja sofort weg. Level ich jetzt schneller auf in der Zeit? Oder was ist das jetzt hier? Ich habe so ein ganz komisches Symbol. Das sind zwei Pfeile, die nach oben gehen und ein Countdown. Wie war das mit schnell weg von hier? Ich dachte, ich kann er drüber fahren, weil er nicht so weit drauf stand. Ich sage noch, oh je, er fährt trotzdem eiskalt drauf zu, Frondal. Ja, ich dachte, ich könnte drüber fahren. Aber anscheinend... Ne. Alles los ist hier... Hat ja unten ein bisschen Platz, aber anscheinend... Was ist denn jetzt hier so langsam? So, Monverbot jetzt. Äh, geht das jetzt mal weg jetzt? Ich werde noch eiskalt über die da drüber. Ja, ich mache jetzt keinen Bogen wegen dem Scheißviech. Hast du ja nicht Ahnung, was die großen Türme hier sind? Die großen Türme? Welche großen Türme? Die mit dem roten Strahl. Die Oberlisken. So, weil ich weiß, sind die jeweils immer so was wie ein kleiner Endboss, oder? Ich weiß nicht genau, Tui, du glaub ich hast da vorher schon mal was gesagt. Keine Ahnung, ich dachte, das wäre jetzt eher für PvP mäßig, glaube ich. Ne, 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 ich glaube nicht. Ich glaube, da ist irgendwie... Ich war da noch nie drin. Ich bin immer vorbeigeflogen. Mit einem großen Bogen. Ich dachte, ja, da ist bestimmt irgendein riesen Viech drin, was mich schützt. Ja, mit Sicherheit auch. Ne, also ein Viech ist nicht drin, soweit ich weiß. Also ich bin schon wieder am Versuch. Gibt es noch mehr solche Türme? Ja, es gibt so mindestens vier. Wie ein Dungeon oder Rätsel oder sowas? Keine Ahnung. Irgendwie sowas in der Art. Eigentlich am Ende so eine riesenfette Kiste mit lauter Zeig. Und auch schwere Gegner, glaube ich. Möglich, ja. Müssen wir uns nicht mal informieren, ja. Aber ich glaube, dass wir sowieso das richtige Gier dafür haben, um das irgendwie anzugehen, glaube ich, dauert es eh noch. Ja, wenn dann erstmal richtige Rüstung, Waffen und so. Ne. O-о-o-oh.